50 Tonnen wiegt dieser Ofen zur Metallschmelze. Er ist das mit Abstand größte und schwerste Ausstellungsstück der Gifa. Ein Ungetüm von einem Ofen, aber eines, das weniger Energie benötigt als seine kleineren Vorgänger. Alleine in den letzten zwei Generationen haben wir bis zu 5% eingespart. Es gibt auch schon wieder neue Techniken, gerade im Spulendesign, im Induktiven, die uns auch wieder Einsparungen von 5% erhoffen. Es sind halt immer kleine Schritte, die wir kontinuierlich fahren. Materialien kommen dazu natürlich rein. Umweltschutz durch Material- und Energieeinsparungen, das Überthema der Metallmessen. Erstmals haben Besucher bei den Eco-Metals-Trails die Gelegenheit, sich ganz gezielt nur Stände mit besonderer Umweltrelevanz anzusehen. So wie die Kernschussmaschine von ASK Chemicals. Auf der Messe formt sie aus Spezialsand kleine Rennwagen. Im Industrieeinsatz stellt sie komplette Gussform-Elemente wie diese her. Solche Elemente werden zum Beispiel zur Herstellung von Motorblöcken gebraucht, die hohe Drehzahlen bei kleinem Hubraum aushalten. Ein Muss für geringen Spritverbrauch. Dieses System insbesondere führt dazu, dass eben in dem Gießprozess teilweise stärker runtergekühlt wird oder direkt am Gießprozess schon in bestimmten Bereichen gekühlt werden kann, sodass das Aluminium schneller erstarrt und damit ein besseres Gefüge ausgeprägt ist, was letztendlich zu höheren Festigkeiten des Bauteils führt. Die Bauteile werden fester. Der Mensch bleibt, wie er ist und braucht Schutz vor giftigen Chemikalien am Arbeitsplatz. Da kommt dieser Roboter ins Spiel. Wie sein Zwilling in der Nasszelle unter Beweis stellt, ist er immun gegen Feuchtigkeit und so gut wie alle Schadstoffe. In der Automobilherstellung arbeitet er da, wo es kein Mensch aushalten würde. Was ihn ausgezeichnet, ist vor allem diese Säurebeständigkeit und die Beständigkeit gegen Reinigungsmittel aller Art, also Säure und alkalische Reinigungsmittel. Und von dem her kann man natürlich schon sagen, dass er ein bisschen wie der Terminator wirkt. Ob die Messebesucher auch nur annähernd so hart sind wie der Mini-Terminator, können sie ein paar Meter weiter herausfinden. Der Robocoaster ist ein zum Extremkarussell umgewandelter Industrieroboter und zeigt jedem, der sich traut, wie sehr oder wie wenig Schwindelfrei man ist.